Gegen den US-Geheimdienst NSA sind neue Vorwürfe laut geworden. Er hat nach Spiegel-Informationen auch die Zentrale der Vereinten Nationen in New York abgehört. Dem Dienst sei es 2012 gelungen, in die interne Videokonferenzanlage der UN einzudringen und die Verschlüsselung zu knacken. Solche Aktionen seien illegal, denn die USA hätten sich gegenüber den UN verpflichtet, keine verdeckten Aktionen zu unternehmen. Der Spiegel beruft sich auf Unterlagen des US-Geheimdienstexperten Snowden.